Staatspreis Erwachsenenbildung nominiert in der Kategorie Erwachsenenbildner und Bildnerin 2013 Magistra Grete Dorner. Als Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerks Steiermark zählt Grete Dorner zu den prägenden Persönlichkeiten der Bildungsberatung. Sie hat als herausragende Netzwerkerin wichtige erwachsenenbildnerische Aufbauarbeit geleistet. Ihr außergewöhnlicher Bildungsweg führte sie von der Diplom Krankenpflege zum Studium der Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Wissenschaftstheorie und Philosophie. Grete Dorner war Gründungsmitglied und Obfrau der Grünen Akademie und hat für die Förderungsstelle des Bundes in den 1990er Jahren Bildungsbedarfserhebungen und Partizipationsprojekte auf Gemeindeebene durchgeführt. In ihrer Person vereinen sich theoretische Fundierung und bildungspolitische Orientierung mit praktischen Erfahrungen bei der Entwicklung bedarfsorientierter Leistungen und regionaler Zugänge. Die Etablierung einer anbieterneutralen Bildungsberatung in der Steiermark ist maßgeblich mit dem Namen Grete Dorner verbunden.